Ich bin im Club mit Bitches, um, yeah, bei denen du dir wünschen würdest, dass sie dich wenigstens nur einmal an zwinkern. Wer ist der Chef? Ich komme fresh und gepressed in den Laden, gesteppt, klinge, heftig, respekt, ich bin ziemlich perfekt, was ich auch nie versteckt, auf den Punkt ist gebracht, ich bin ein Sexy Dad. Darum hab ich Mamas Mann, die ziemlich hart und Hammer sind, ich will das gar nicht locken, deshalb fühl ich mich wie King. Scheiße, was geht ab, man ist gespannt, was du heute sagst, du kannst sagen, was du willst, aber ich denke, es wird wild. Ich schau mich so um und weiß, jedes Mädel könnt meins sein, bin am überlegen, welcher besser geht, ein Highlight. Einfach mal Fleiß sein, shit, das ist Highlight, wenn ich mal weggehe, dann willst du dabei sein, das Motto gesehen haben, wenn mit den Worten der Menschen, da kann man das echt nicht beschreiben, yeah. Verdächtig wie deine, dir wieder mal stark ziehen, will heute allein sein, ich am Start mit der Kleinen in irgendein Club und verprasse paar Scheine. Alle am Tanzen und ich bin am Gucken am Silbertablett hier und pick mir die Beste, denk mir so ernsthaft, worauf ich dich lustig bin, komm zum Entschluss, jetzt ich lieb die zwei Schwestern. Wer das schon handeln, man wird lustig, jetzt ganz sicher, denn die zwei haben wohl Durst und den kann ich ihnen auch stillen. Ich lass der Türsteher nicht rein, weil du zu hässlich bist, die Jungs von 2.TR gehen immer mit der Best Dressed Bitch. H.M.C. und Nebo, unser Charme verlässt uns nicht und du weinst, weil du ab heute nur noch Reste fixst. Die Jungs von 2.TR gehen immer mit der Best Dressed Bitch. Die Jungs von 2.TR gehen immer mit der Best Dressed Bitch. Die Jungs von 2.TR gehen immer mit der Best Dressed Bitch. Mit der Best Dressed Bitch. Mit der Best Dressed Bitch. Heute bin ich wirklich im Modus, also erwart von mir keinen fetten Rap, denn hier immer besteigt meine Partylaune. Gerade den Mount Everest, ich gönn mir auf Herren Toilette ne fette Bahn in einem Zug. Yo, scheiße, das war wohl ein bisschen zu viel, hat wär'n Tempo-Taschentuch? Holy Shit, was ne süße Bitch und auch der Bass hat gerade eingesetzt. Ich als abgefuckter Bastard kriege der Bock auf Bondage oder Hardcore-Sex. Schaut alle her, ich besorg's hier, heut wie sehr spaßlicher Freund niemals packt. Obwohl ich schon wieder Tage auf der Bahn unterwegs bin, als wär ich Lastkraftfahrer. Was für Drogenprobleme, ich komm dir an, das im Prall gefüllten Graspäck. Und haut dir nur so zum Spaß, in einem Atemzug in 80er Nase weg. Viel zu viel, dieser Sluts kommt hinterher an und labern mir irgendwas mit, ich liebe dich. Ich stehe hier auf Bitches mit Vorliebe für Bier und Amphetamin-Pisse. Trackinghose passt, ich brauch gar nicht im Anzug zu chillen. Weil fast jedes Latter drin mir sowieso den Schwanz lutschen will. Und ihre Pussy vom Freund dies gaben zu unseren Sex-Chat mit. Ja, wir geben uns höchstens zufrieden mit der Best-Tressed Bitch. Ich lässt der Türsteher nicht rein, weil du zu hässlich bist. Die Jungs von 2TR gehen immer mit der Best-Tressed Bitch. HMC und Nebo, unser Charme verlässt uns nicht. Und du weinst, weil du ab heute nur noch Reste fixst. Die Jungs von 2TR gehen immer mit der Best-Tressed Bitch. W hoe gab's eins? Mein inclusive Himmel. Was ist nichts für ein Klarther? domestic-Allem citizenship-Log. Was ist nicht im Ausguss? D 들ños um 2TR. Wir können Fre Idle das Kub bestem Eve. Was lässt sich um in Ausguss? Was ist ein Abins? Ich bin ausg głiz ANY suf?